Hi Isabel. Hallo. Wasser. Mit Sprudel, Medium oder Still? Sprudel. Ein 30-Stunden-Stream fühlt sich an wie... Müdigkeit, lange wach bleiben, Arbeit. Gehst du über rote Ampeln? Ja. Dein Hund Coco hat auf den Gehweg gekackt. Hebst du den Haufen auf oder lässt du ihn liegen? Ich hebe das natürlich immer auf. Was ist dein heimliches Hobby? Heimliches Hobby? Oh. Ich zocke den ganzen Tag. Ich habe keine Ahnung. Ich zocke noch. Sauna oder Saufen? Saufen. Was ist Luxus für dich? Das machen zu können, worauf ich Bock habe. A.k.a. Stream. Straßenbahn oder Taxi? Taxi? Bei mir gibt es keine Straßenbahn. Ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub. Passt du auf meine Pflanzen auf? Also wenn ich auf die auffassen soll, sind die tot. Was denkst du über Menschen, die Äpfel komplett essen? Also mit Gehäuse und so? Eher wie mit Gehäuse. Meinst du auch die Kerne innen drin? Also die Kerne sind eklig, aber das Außenrum, die Schale, die ist lecker. Muss man als Streamerin Energydrinks lieben? Nein. Pesto. Rot oder grün? Parmesan-Käse? Welches Game war das erste, das du je gezockt hast? Super Mario auf den Nintendo 64. Wie viele Treppenstufen hat das höchste Gebäude der Welt? 1.200. Mann, ich weiß es doch nicht. 2.909. Morgens oder abends duschen? Abends. Zeit für ein React-to. Auf welches Video würdest du nicht reagieren? Ich hab fast keine Ahnung, so How-to-Kiss-Videos, I don't know. Du bist ausgebildete IT-Systemkauffrau. Hilft dir davon noch irgendwas in deinem heutigen Berufsalltag? Ich hab die Ausbildung abgebrochen. Ich hab mich ausgelernt. Real Talk. Welcher TikTok-Trend nervt richtig? Boah, hier dieses komische Danzen von Freddy, mach keine Show. Scheiße, wie heißt denn der Kollege nochmal? Der König da, König Thomas. Nie wieder streamen oder nie wieder Vlogs? Nie wieder Vlogs. Kannst du gut schielen? Oh Gott, ich glaub, ich kann mit einem Auge schielen. Machst du es nochmal für uns? Okay. Geht das mit einem Auge? Hat das funktioniert? Ich weiß es nicht. Danke.